Egal welches Geschlecht ich bin, welche Hautfarbe ich habe oder welcher Religion ich angehöre, ich will dieselben Möglichkeiten wie alle anderen erhalten und meine eigenen Entscheidungen treffen. Mein Name ist Nora Achmowi, ich bin 25 Jahre alt und vom Beruf bin ich Unternehmerin, Coach und Autorin. Ich persönlich glaube daran, dass es verpflichtend für jeden von uns ist, den Standard, den wir haben, weiterzutragen. Das heißt, je besser es uns geht, desto besser muss es auch anderen gehen. Manche Menschen benötigen durch äußere Einflüsse mehr Hilfen und es ist ehrlich gesagt nur fair, wenn sie diese Hilfen auch bekommen. Mit dem, was ich tue, möchte ich einen Unterschied machen, einen Fußabdruck auf dieser Welt hinterlassen. Auch darin unterstütze ich Islamic Relief Deutschland. Gemeinsam geben wir Frauen weltweit neue Perspektiven. In Kenia, im Sisters Maternity Home, geht es um Female Empowerment. Die Einrichtung ist Zufluchtsort, Geburtsklinik und Ausbildungsstätte in einem. Mädchen und Frauen lernen, sich eine eigene Existenz aufzubauen. Ich persönlich war letztes Jahr selbst dort und war davon sehr beeindruckt. Ich glaube an Fairness. I'm a reliever.